Mini Pony Tabatschi aus dem Zoo der Minis in Aue musste gestern in der Tierklinik Leipzig eingeschläfert werden. Sie hatte schwere Koliken und man konnte ihr nicht mehr helfen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ursache falsches Füttern durch die Besucher ist. Tabatschi war allen besonders ans Herz gewachsen, denn sie war vor 20 Jahren das erste Fohlen, das im Auer Tiergarten, Zoo der Minis, zur Welt kam. Mit einer Schulterhöhe von nur 68 cm galt Tabatschi sogar lange als das kleinste Mini Pferd Deutschlands. Aus diesem aktuellen Anlass heraus macht der Zoo der Minis darauf aufmerksam, fremde Tiere nicht einfach so zu füttern. Das kann zu schweren Krankheiten führen. Besonders in Zoos, Tiergärten, an Koppeln und Weiden bekommen die Tiere von den Besitzern alles, was sie brauchen.